Lass ihn doch wieder weg. So, knieße die Sequenz. Brems! Tritt auf die Bremse! So, knieße die Sequenz. So, knieße die Sequenz. Oh, verdammt! Naja, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Okay, gehen wir. Jo, ich hab keinen Platten mehr. So, das andere in einem Flughafen, das bescha... Das beschreibe ich euch mal, das ist... ...dass der Wagen auf einmal anhält. Was ist der eigentlich? Hab'n noch nie geguckt, was hier hinten ist. Hält der Wagen auf einmal einfach an. Und dann soll die Typen dann zu Fuß verfolgen. Und irgendwann, wenn man sieht, wie das Flugzeug von Morello startet, kommen Sam und Pauli mit dem Wagen angefahren und man fährt dem dann hinterher. Und muss dann die Thompson benutzen, um die Motoren des... ...um die Propeller des Flugzeuges zum Brennen zu bringen. Und als wenn die richtig... ...als wenn die richtig... ...vor sich hin kokeln... ...stürt das Flugzeug dann an. Da ist auch das Motel, wo... ...ja, wo die reine Routine angefahren ist. Ja, wo die reine Routine angefahren ist. Und eben, wenn man jetzt den Silver Fletcher noch nicht hätte, ...könnte man sich den am Flughafen jetzt holen. Äh, würde ich hier jetzt zu Pauli, zu Ralf wieder mitgefahren. Und dann nochmal mit dem Auto nochmal loswerden. Wir können, glaub' ich, wieder einen Job für Lucas Bertone erledigen. Ich weiß aber gar nicht, was er jetzt hier so von Auftrag hat. Den Auftrag, den ich ja befechtet hatte, oder den ich nicht mochte, ...den hab' ich ja letztes Mal schon gemacht. Wenn man nämlich jetzt direkt zu Lucas Fett sagt, ...den auch, ich bin müde, bring' uns zur Bar. Deshalb bringen wir sie jetzt erst weg. Damit ist Don Saere der letzte verbliebene Don in der Stadt. , also Alexander, die haben sehr viele schon hier in der Stadt. So? 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 Ich hatte zwischendurch gerade die Befürchtung, als ich einen platten Reifen hatte, dass ich nochmal vor Ort empfangen müsste. Und dann, wie ich ein paar Versuche gebraucht hätte, um ihn wieder vom Flughafen abzudringen. Ah, ich glaube, ich weiß auf welches Auto ich kriege. Ich glaube, das Auto kenne ich schon. Also da habe ich ungefähr im Kopf, welches es ist. Ah nein, diese Hinterfahrerei, das nimmt eigentlich das ganze Let's Play, ist das eigentlich nur. Und darauf baut das Spiel ja auf. Das finde ich auch, ehrlich gesagt, auch wenn es Zeitraum ist, finde ich sowas ehrlich gesagt auch besser, wenn man direkt da startet, wo man die Mission machen muss. Tja, Moral hat den Kriegkampf begonnen und er hat ihn ziemlich eindeutig verloren. Das würde ich mal so sagen. Ah, hier war ich den Sportverein. Nichts. So, Leute, dann macht ihr mal Feierabend. Ich hole mir noch ein neues Auto. Ja, nämlich zeigt, dann wäre hier die... Ah, Mann, Mann, Mann. Ah, Mann! Untertitelung des ZDF, 2020